Jo Leute, damit willkommen hier zu einem weiteren neuen kurzen Video und in dem Video geht es um den nächsten Dispire Auftrag und zwar findet Jonas hier den ersten. In dem Video zeige ich euch, wo ihr diesen Charakter finden könnt und dafür sehen wir uns gleich kurz in der Gruppenkeile. So und ich bin jetzt hier in der Gruppenkeile, ich kann auch empfehlen, macht das Ganze in der Gruppenkeile, habt ihr ein bisschen mehr Ruhe für. Und wir müssen hier nach Pleasant Park, denn dort gibt es Jonas hier den ersten. Und zwar gibt es diesen ganz genau hier vorne in diesem Haus, dort rennt er rum. Hier landen auch gerade andere Spieler, einfach mal kurz hier rein rennen und dann mit ihm reden. Hier ist der Jonas hier, so, Dispire weiter, weiter, weiter und fortfahren. So und jetzt haben wir schon den nächsten Auftrag bekommen und dieser Auftrag hier ist fertig, sehen wir gerade links oben. Auf der Karte ist er dann ganz genau hier und mehr müsst ihr gar nicht machen, geht einfach hier hin und somit kriegt ihr dann den nächsten Auftrag. Ja das war es ja auch schon zu dem ganz kurzen Video, jetzt wisst ihr wohl Jonas hier den ersten finden könnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da, bis dann und ciao. Ja das war es ja auch schon.